San Francisco, Symbol einer Zivilisation, in der sich die Vorbedingungen für eine neue Sicht vom Potenzial des Menschen erfüllt haben. Das erste Mal in der Geschichte lebt ein großer Teil der Menschen im materiellen Überfluss. Die geistige Bevormundung durch Institutionen des Glaubens ist demokratischer Vielfalt gewichen. Die Erkenntnisse der Wissenschaft über die Realität, die hinter unserer Alltäglichen liegt, sind allen zugänglich. Die Eingrenzung in regionale Kulturen hat einer kulturellen Globalisierung Platz gemacht. Das wird in San Francisco, der Perle am Pazifik, wo Osten und Westen sich begegnen, besonders deutlich. An die Stelle des materialistischen Traums, der im Überfluss erstickt, trat der Drang nach Verwirklichung des eigenen menschlichen Potenzials. Talifornien, Vorhut eines anderen Amerika. Das Institut für Transpersonale Psychologie, eine Autostunde von San Francisco. Transpersonal heißt Jenseits der Persönlichkeit. Also eine Ausweitung der klassischen westlichen Psychologien durch Einbezug erweiterter Bewusstseinszustände, von Meditation bis zu mystischen Erfahrungen. Im Institut ist das Netzwerk für spirituelle Notfälle untergebracht. An die 300 Anrufer pro Monat suchen Hilfe, wenn sie von unerklärlichen psychischen Problemen heimgesucht werden. Das Netzwerk kann in den USA 1200 Ärzte und Psychologen vermitteln, die außergewöhnliche Bewusstseinszustände nicht gleich für Psychosen halten, sondern auch als Chance zur Entwicklung begreifen. Schon vielen wurde dadurch die Einlieferung in Irrenanstalten erspart. Der gebürtige Tschechisch Stanislav Grof, zweifacher Doktor, Facharzt und Psychologe, seit 1967 in den USA, ist der bekannteste Vertreter der transpersonalen Psychologie. Nach aufschlussreichen Selbsterfahrungen mit LSD hat er die Droge in der Psychotherapie eingesetzt und aus den Protokollen von gut 4000 Sitzungen eine neue Landkarte der Seele entworfen. In der fast klösterlichen Stille auf einer der vielen kanadischen Inseln vor Vancouver beginnt eine atemtherapeutische Sitzung. Stan, wie er hier genannt wird, fordert die Gruppe auf, sich in vollem Vertrauen den spontanen Selbstheilungskräften des eigenen Organismus zu überlassen. Die Gruppe besteht aus 30 Leuten, 15 atmen und 15 helfen als Beisitzer. Am nächsten Tag wird gewechselt. Über ein Drittel sind Psychiater, Psychologen oder Ärzte. Sie absolvieren den dritten von sechs, jeweils zwölftägigen Kursen, die sich über zwei Jahre erstrecken. Die meisten wollen später selbst als Atemtherapeuten arbeiten. Nach dem Verbot von LSD hat Dr. Groff diese Selbsterfahrungstherapie durch intensives Atmen entwickelt. Es löst biochemische Veränderungen im Organismus aus, die wie LSD in außergewöhnliche Bewusstseinszustände führen. Es fällt auf, dass die meisten Teilnehmer schon älter sind. Alle haben einen inneren Vorbereitungsprozess durchlaufen. Abgeschiedenheit, spartanische Unterkünfte und vegetarische Kost tragen das ihre bei. Dr. Groff hat die Heilkräfte außergewöhnlicher Bewusstseinszustände, die wir schon beim Biofeedback kennengelernt haben, für die Psychotherapie nutzbar gemacht. Mit ihrer Hilfe kann man in bisher unerschlossene Tiefen des Unbewussten hinabtauchen und so uralte Blockierungen lösen. Wer wie Schilo, der später von seiner Sitzung berichten wird, das Atmen vergisst, dem hilft der Beisitzer. Auch körperliche Leiden wie Asthma können verschwinden, wenn sich die Blockierungen lösen. Das eigentliche Ziel aber ist, zu den tiefsitzenden Traumata vorzustoßen, die nicht nur einzelne Verhaltensweisen bedingen, sondern die gesamte Persönlichkeitsentfaltung behindern. Das kann qualvoll sein, führt aber in eine befreiende Katharsis. Meistens lassen die Atmer kleine, ans Alltags-Ich gebundene Traumstell hinter sich und erreichen die von geburtlichen und vorgeburtlichen Vorgängen geprägten Schichten des Unbewussten. Dr. Groff hat sie in seiner neuen Landkarte der Seele verzeichnet. Schilo stößt gerade in diese Tiefen vor. Sein Beisitzer und Stan stehen ihm schützend bei. Doch in den Ablauf des inneren Prozesses wird niemals eingegriffen. Der Therapeut ist nur Hebamme. Was wie die Entfesselung eines Pandemoniums angemutet haben mag, steht auf einer soliden wissenschaftlichen Basis. Die Erkenntnisse vor allem der subaktomaren Physik haben zu einer völlig neuen Auffassung von Wirklichkeit und Bewusstsein geführt. Viele Wissenschaftler halten unser Alltagsbewusstsein für einen Schrumpfzustand, einem Klavierspieler vergleichbar, der nur ein paar Tasten benutzt. Die therapeutische Nutzbarmachung erweiterter Bewusstseinszustände ist eine Konsequenz davon, wie Dr. Groff in seinen theoretischen Schriften aufgezeigt hat. Nach der Sitzung geben die Atmer ihren Erfahrungen in Mandalas Ausdruck, in symbolischen Abbildern geistiger Vorgänge, die in Indien als Meditationshilfen dienen. Auch die Auswahl der Musiken, von Samba über Prokofjev bis zum balinesischen Affengesang, zeigt die weltweite kulturelle Verflechtung der transpersonalen Psychologie an. Nach einer Pause teilen die Atmer der ganzen Gruppe anhand der Mandalas mit, was sie auf ihrer Reise ins Innere entdeckt haben. Am Anfang habe sich ihre Sitzung vor allem auf körperlicher Ebene abgespielt, mit viel Energie in den Händen. Es war wirklich wunderbar. Wenn die Atmer in die tieferen Schichten geburtlicher und vorgeburtlicher Erfahrungen eindringen, ist das oft mit einem symbolischen Erleben von Tod und Wiedergeburt verbunden. Diese verlorengegangene spirituelle Dimension hat in der transpersonalen Psychologie wieder einen Platz gefunden. Dr. Groff hat vier Grundmuster für das Wiedererleben der Geburt ausfindig gemacht. Sie entsprechen den Stadien der Entbindung. Eines dieser Stadien hat Shilo beim Atmen wiedererlebt. Zuerst habe der Beitsitzer ihn ans Atmen erinnern müssen, sagt Shilo. Aber dann habe er einen starken Drang gespürt, mit dem Kopf nach oben zu stoßen, als ob er durch die Wand wolle. Ich empfand, dass es mit Geburt verbunden war. Der ganzheitliche Ansatz der transpersonalen Psychologie hat nicht nur die spirituelle Dimension wieder eingebracht, sondern der Psychotherapie, die sich lange nur auf der Couch im Kopf abspielte, auch den Körper zurückgegeben. Shilo wirkt jetzt entspannt. Mit dem qualvollen Nachvollzug der Geburt beginnt oft ein langer, transformativer Prozess im Leben. Stan erklärt, dass nicht nur Probleme beim Stillen, sondern auch das Quetschen des Kopfes im Geburtskanal zur Energiestauung in der Kieferregion führen kann. Der Einbezug der Geburtsvorgänge und ihrer spirituellen Dimension von Tod, Wiedergeburt und Transzendenz hat auch neues Licht auf die spontanen Transformationsprozesse geworfen, denen wir auf unserer nächsten Station begegnen werden.